Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry 5. Wenn es euch gefällt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Gut, ich habe ja letztens den John Seed schon besiegt und jetzt habe ich aber noch eine Story-Mission hier irgendwo. Und zwar ist das die da und die möchte ich noch ganz gerne machen. Genau und da wollen wir jetzt hin, wenn wir noch einen Wegpunkt hinsetzen und dann geht es auch schon los. So, jetzt suchen wir uns noch ein Auto und dann treffen wir uns dort, würde ich sagen. So, nun sind wir angekommen und dann schauen wir mal, oder? Ich würde sagen, wir spielen mal hier aus, ob wir irgendwas finden. Da ist ein König, also das ist einer von meinen. Sonst ist ja nichts, oder glaube ich? Oh, da hängt schon einer, schau. Da hängt einer. Okay. Gut, dann können wir mal wieder reinkommen. Jetzt gibt es ja nicht, dass da nur einer drin ist, oder? Oh, plötzlich ein Auto da. Oh, da sind ja ganz viele da. Ich muss mal kurz schauen, wo ich meine Gefährten nochmal ruf. Vielleicht können wir die in die Luft jagen, da. Jetzt werde ich mir einmal meinen Fliegerfreund holen und einmal meine Schafspitzen, würde ich sagen. Den können wir ja da angreifen lassen, oder? Er kann ja mal reinbombardieren, da. Können wir das da mal wegmachen. Und wir holen uns auch unsere Bombe raus. Nachladen. Oh, wo ziehst du denn hin? Wo, wo hätten die jetzt hingezielte? Das war ja völlig daneben. Oh, ich bin wiederbelebt worden. Sehr cool. So, gehen wir mal kurz da rüber. Ich sehe schon wieder, ich habe schon wieder keine Erste-Hilfe-Packs mit. Ich habe wirklich noch eine Kugel. Und? Wo ist der andere? Da ist ein Hund. Ach du Scheiße. Da geht es ja richtig ab hier. Oder ist das meiner? Nee, das ist nicht meiner, oder? Nee, das ist ein feindlicher Hund. Das war bei alles runter. Okay. Hat dir das denn... Ich frage mich immer, wie die da durch die Riechen schießen kann. Wie die da durch die Beute schießen kann. Notiz ist Widerstand. Wenn du das liest und ein Peggy bist, dann habe ich dich im Visier. Wenn du beim Widerstand bist, dann komm hoch und triff mich im Getreideheber. Ich habe ein paar Sachen, die du gegen Insekte einsetzen kannst. Aber passe beim Hochkommen auf, wo du hintrittst. Ich habe viele kleine Freunde, die nicht gestört werden wollen. Dann habe ich hier kleinen Freunde, die das wohl sind. Na, Westen, das Pfefferversteck. Vielleicht mal frage ich mich, wie viel dieser Kämpfe ich noch ertragen kann. Das zeigt einem, dass wir nicht unser ganzes Leben so leben sollten. So. Bleib konzentriert, Nick. Ja, ja. Nick, bleib konzentriert. Ah, da gehen wir nachher noch hoch, würde ich sagen. Oh, dann machen wir das gleiche. Jetzt müssen wir mal hier sind. Mal hoch über das Pfefferversteck finden. Wo geht es denn da rein? Was war das? Noch eine Notiz? Mal schauen, ob der irgendwas mit hat. Frage ist jetzt, wie geht es da rein, gell? Das ist die Frage. Hier vielleicht. Ne. Da. Da ist es zum Plündern. Aber der Hund ist weg, gell? Der ist abgehauen. Im Suchgebiet. Ah, okay, gut. Das heißt, ich muss hier wirklich irgendwie hochkommen. Da vielleicht? Ah. Ja, schön. Auch noch gefunden. Einmal rüber und ein dritten. Batsch. Nochmal. Ah, na. Sind wir schon drin? Auf the fuck. Das meint er mit. Ach, du Kacke. Das sind Leute. Wespen oder was ist denn das? Bienen. Wespen oder Bienen. Würde ich mal sagen. Ach, du Scheiße. Kann man da vorbeischleichen? Ich tue euch nichts. Ihr könnt ruhig euren Honig weiterfabrizieren hier. Ach, fast auf das Wespenlässig. Komm ich hier nicht vorbei, oder? Ne. Da komme ich nicht vorbei. Vielleicht von der anderen Seite irgendwie. Oder ich muss die wegbrennen da. Das probieren wir jetzt mal. mit einem Molotow-Cocktail. Hat funktioniert, wie es scheint. Habe ich das jetzt eigentlich schon geholt, dieses? Ja, habe ich schon. Das Schloss können wir knacken. Und aufgebrochen. 250 Dollar. Naja. Immerhin etwas. Bisschen Geld haben wir wieder bekommen. So, wo geht es denn da noch lang? Können wir mal aufstehen? Da hoch geht es noch was, oder? Da geht es auch noch hoch, ja. Aber, ich denke, das war es, oder? Ne, das geht es fast nicht. Das ist irgendwie zu klein schon, das Prepper versteckt. Normalerweise liegen da immer viel mehr Sachen rum. Aber ich denke, ich denke wirklich, das war es. Das ist weg. Das haben wir schon. Da geht es noch rüber. Alles voll. Eingeschossen. Ah, sind wir jetzt erst im... War das nur so das Vorgelagerte? Kann das sein? Mal da hoch. Ah. Fast runtergefallen. Kann ich da... noch rüber springen? Ja, sehr gut. So, einmal da rüber hüpfen. Oh, erster Hilfe, Kasten. Kann ich sehr gut gebrauchen. Habe ich ohnehin immer zu wenig. Dann da mal hoch. Da, da hoch. Das ist ja easy. Easy. Gar kein Problem, ey. Eine riesen fette Kiste. Schnaps. Fespennest. Abgeschlossen. Sehr gut. Sogar einen Erfolg bekommen. Okay, was haben wir da noch? Da haben wir auch noch ein bisschen Geld. Und Zeitschriften. Die können wir auch verkaufen. Vorteilspunkt nochmal. Oh Mann, zu viel Hoffnung, Zeuge. Das war's da noch. Nix. Nix, 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 nix. Da ist nur eine Zeitschrift. Und hier hinten? Nichts. Okay. Das war's. Was heißt das? Was war das jetzt? Hat mir noch irgendwas angezeigt oder nicht? Oh, da liegt noch was. Oh, das Waffen. Ich seh's nicht wirklich. Ach, egal. Gut. Dann, äh, runter da. Ach, das war zum Runterspringen. Oh, und jetzt wollen wir uns den Widmermacher, würde ich sagen. Au, 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 au. Das tat weh. Können wir da rein? Nee, natürlich nicht. Können wir da rein? Auch nicht. Wer steht hier? Ah, ein Schloss knacken. Schlüssel. Naja, gut, ich kann hier sowieso das Schloss knacken. Schloss knacken, sehr schön. Übernehmen den Widmermacher. Natürlich machen wir das. Oh, das ist ein schönes Ding, ha? Das sieht ja mal nice aus. Ui, 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 ui. Sehr schön. Oder was meint ihr? Können wir das eigentlich wieder wegmachen, diesen Monk da? Sehr schön sieht der aus. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Na, rein da. Und auf geht's. Gas geben. Durchbricht die Straßensperre. Okay, welche Straßensperre? Die da. Wo bin ich jetzt? Ach, ich bin jetzt. Uh, da kommen ja welche. Aber ich habe ihn gehielten da, der schießt, oder? Einmal Straßensperre, doch boah. Aber ich hoffe, dass das Ding nicht kaputt wird. Oh fuck ey. Yeah, das ist meiner. Verpiss dich. Ich bin jetzt hier. Oh, der hat aber ganz schön. Wumms ey. Ach, das ist einer von meinen? Nee. Doch, nee. Muss ich die doch brechen. Ach, die hätte ich. Ah ja, ich kann sie auch auf dem Fahren. Waffe wechseln. Oh fuck ey. Da hat er aber nicht mehr viel geleben, glaube ich. Oh geil. Ich habe da vorne. Ah, sehr schön. Der hat eingebautes MG. Da macht er aber noch viel mehr Spaß. Das ganze Teil. Einmal einmal so richtig reinholzen hier. Na gut. Ach, das waren Bauer denn? die nicht anschießen dürfen, glaube ich. Da kommt wieder einer. Boah. Krass ey. Und weg da. Ja, ja. Boah, nicht viel Schuss, ey. Was ist denn das für ein Geal? Scheiß, die Wandern, ey. Wir haben nichts mehr zum Lachen, die Chiefs, ey. Fahrerfrucht, okay. Neues, äh, Chiefs mitbekommen. Okay, ey. Der Flieger da oben, glaube ich, der könnte auch ganz schön unangenehm werden. Quatsch. Hupen soll ich? Wie hupst man denn noch mal schnell? Ne, nicht raus springen. Nein. Oh, oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Nein. Nein. Nicht. Alter Schwede. Oh. Oh Gott. Nein. 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 Okay, dann prüfen wir es noch mal. Das Ding ist schon geiler, ey. Es macht echt Spaß, mit dem zu fahren. Aber hat der da oben, nervt mich ein bisschen, der Hubschrauber da. Fuck, ist mir versuchten. Nein. Gehörte zu mir. Ich habe doch einen Fliegerfreund. Du bist mir ein Fliegerfreund, ey. Mach ich. Jetzt kannst du jubeln. Ich habe gerade ein Blatt gefahren. Sehr schön. Nummer 1. Nein. Das war ein junger Rehe. Nein. Ich bin doch kein Mörder, ey. Yeah. Aber warum ist denn der auch jetzt drüberlaufen, oder? Ich meine, ich könnte nicht warten. Wieder Rehe. Äh, nee. Das sind, äh, was sind das? Hirsche, oder? Läuft der? Der läuft, oder? Okay. Jetzt nicht mehr. Und rüber da. Und... Und... Boah, die wird immer heftiger, die Straßensperre. Jetzt haben wir es bald geschafft, würde ich sagen. Zwei Straßensperren noch. Fuck, ist das ein geiles Teil, ey. Boah, ich dachte schon, jetzt wäre es vorbei, ey. Hat es irgendwie so ausgesehen, ne? Okay, der ist auch tot. Da ist noch einer. Warum laufen denn hier so viele Hirsche rum? Das ist doch... Oh nein, das sind Schafe. Okay, eine Straßensperre noch, dann haben wir es geschafft. Aber er raucht schon ordentlich, oder? Oder täuscht mich das? Boah, ey. Wie du mit dem Truck umgehst, hätte mein Dad stolz gemacht, Deputy. Und jetzt bring ihn heim nach Falls End, wo er hingehört. Das heißt, wo muss ich jetzt hinfahren? Das markiere ich mir kurz auf der... Auf der Map, sonst finde ich da niemals hin. Das sind wieder Gegner, oder? Ich glaube, ich muss eh so fahren. Das markiere ich mir kurz auf der Map, sonst finde ich da nie hin. Da muss ich hin. Ja, gut. Einfach der Straße folgen. Man, die laufen auch aber einfach immer über die Straße, ne? Kaum kommt man daher, laufen die einem rein. Das ist ein geiles Teil, ey. Juhu! Was habe ich denn da noch? Ops. Oh, scheiße. Nein. Jetzt hätte ich es fast noch vermasselt. Und jetzt kann ich den Widmemacher zurückbringen. Wieder irgendein Tier zusammengefahren. Das kann ich jetzt noch looten, oder? Das kann man ja verkaufen dann. Super Arbeit, Deputy. Pack ihn und komm hier rüber. Hast ihn doch nicht verkratzt, oder? Oh, ein bisschen. Ich muss schon sagen, Deputy, den Truck meines Vaters wiederzusehen, weckt wirklich Erinnerungen. Ich habe früher immer hier gestanden, wenn er nach Hause kam, und winkte ihm von Weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz. Mein Vater hätte dich gemocht. Wenn du den Widmemacher mal fahren willst, musst du nicht erst fragen. In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dich wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Alles klar? Danke nochmal, Deputy. Okay, der Widmemacher abgeschlossen. Sehr schön. Na dann, das war's für die Folge, würde ich sagen. Danke, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dass ich dich beim nächsten Video wieder begrüßen kann. Und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.